Und wir drehen mal ihren Rundchen. Los geht's! Ach jott, ach jott. Oh, das rechts kannst du voll machen. Macht er nicht. Oh, du könntest er sich ja langsamer bewegen hier. Na, das war eine kurze Nummer. Och, guck an! Ja, damit. Den Kniefuchs hier mal aus. Und weiter geht's. Ja, damit. Ja. 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 Das war's. Oh, Ende ist das gleiche. Einmal nichts. Dann gibt's meine Runde Chip Runner. 2 Euro. Oh, es kommt. Schenk uns Ihnen. Gibt's halt keiner. Dann gibt's hier mal eine Runde Freispiele. 1 Euro Spieleinsatz. Okay. Okay. Oh, jetzt sieht der schön abend sehen. Das sieht nämlich aus hier. Zarte 30. Dann schauen wir doch mal bei die Fischereien hier. Los geht's. Oh, jetzt geht's. Und heute gibt's mal eine Indienruby. 2 Euro. Oh, einsatz. Oh, jetzt geht's. 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 Versenkt. Oh, jetzt geht's. Oh, jetzt geht's. Oh, jetzt geht's. Oh, jetzt geht's. So, dann leiten wir doch gleich mal einen Spielwechsel ein hier. Läuft der überhaupt nicht. Und heute mal wieder eine Runde Extrawald. Los geht's. Die Runde Extrawald Die Runde once im Januar найти. Ah, der bleibt zu, dann gucken wir da rein. Das war doch gar nicht mal so übel, 109. Okay, damit. Und wir drehen mal heute hier in der Runde, 10.002 Euro, schauen wir doch mal was dafür ans Hand 1.04 Okay. Na da war doch ein kurzes Vergnügen hier, schwache Kiste, weil nichts und wir drehen hier mal eine Runde. Volle Packungen, alle Birnchen und dann geht es auch schon los, wo steigt er gleich mit Da ist der Roten in hier. Lass auf die Roten weg! Schade, schade! Verendet mit 44,70. Und Leute, mal eine Runde! Hotchance! Schade, schade! Schade, schade! Schade, schade! Schade, schade! Schade, schade, schade! was er da draus macht. Bleib bei 40! Geizkragen! Zumindest schon mal voll. Nächster? Ah, knapp dann eben. Zähne! 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 Ja, kommt der Ort oder fängt er schon an zu fressen. Dann nehmen wir mal die Freispielrunde hier auch noch mit. Komm gerne mal Vollmau. Na los, mach Voll. Los, letzte noch. Aber eine Verlängerung. Die Verlängerung. Die Verlängerung. Die Verlängerung. Die Verlängerung. Drei. Und die Nummer 20. Gar nicht mal so schlecht. Und hier kommen mal Bücher. Mal schauen, was die uns noch bringen. Die Verlängerung. Ein A für den Anfang. Die Verlängerung. 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 Drei. Die Verlängerung. Drei. Mehr gibt es nicht, sagt er. Dann schauen wir doch mal eine Runde bei Faust rein. Ui, der Chef ist persönlich, das würde ja mal klappern, wenn es ihn 5 mal geben würde. Dann schauen wir doch mal. Dann schauen wir doch mal eine Runde bei Faust rein. Oh, das 4 wäre auch schon cool. Dann schauen wir doch mal. Schade, den hier fallen tut er uns nicht. Und hier gibt es mal ein Bonusspiel. Ähm, Mord, uff ja. Reichtlich spät, ne? Da kommen wir doch der Sache schon näher. Jawohl, so, nun kann es aber mal klingeln hier. Boah, das ist eine volle Packung davon. Verlängerung, das wird. Jawohl, mach doch, wie geil. Das ist ja nett. Der nimmt ja vielleicht doch noch was. Davon kannst du ruhig noch mehr bringen. Jawohl. Sehr schön. Na? Diesmal nicht. Und das waren sie. So, Kassensturz. 194 und 60 Cent. Damit können wir leben. Sehr schön. Dann gibt es hier mal eine Runde. Fünf Beispiele. Ja. Na los, seid vernünftigt. Na los, están listos. und die Nummer 15 Nix mehr mit drinne Schade